hallo leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge bei mir ja diesmal mit meiner schwester noch mal beziehungsweise sie macht vielleicht mit weiß ich nicht ja und wir machen schon wieder packs auf letzte folge und in dem part bin ich einfach ein totti lospack und ja vielleicht kriegen wir jetzt noch einen zwei richtig gleiche zeiten pack wie letzter part bitte 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 diesmal nicht ja warum denn warum ja ich muss ja nicht kaum unbedingt aber ja läuft wenn ich komme ja auch so die gute spiele wo ich doch brauche war es lieber bessie nicht immer solche würde ich weiß nicht nein ue frauen den habe ich ja schon und gleich schon wieder in form obitter motor ist bitte es kann nicht sein ja die nicht die kommentare dass ich den mal hätte oder nicht und da sie hat mein bruder gekriegt weiß ich nicht wo tritts ja gut den gibt es ja doch gar nicht oder wie es gibt so die stilte es gibt es heute noch nova oder morgen vielleicht ist weiß ich nicht überlegen und schreibt mir gerne in die kommentare soll ich wozu spiel wenn ihr es halt wollt dass ich meine schwester macht ich muss ja sie das ist tottisch oder so poppa aber der feyke also das ist okay dieses parkup oder ist es nicht so der bürger aber ja die kann schon besser sein ja ja die rossi ja geht seine statistiken sind jetzt nicht so gut aber als special card das ist gut das finde ich gut aber ich habe auch so gedacht dass es so ein totti wäre ja ja die challenge ist immer nach so nach unten scrollen also gleich nach unten no way was ist das november card ja ok das ist so will ich es auch habe dass immer so schön ok das ist das ist klar dass es gold ist was soll es dann das sein ist die neue nähe kann ich gleich hoch tun bei gold und bronze tun ich halt gleich hoch bei inform und so tue ich gleich hoch aber ich muss gucken dass die noch neu ist und es ist blank das ist die habe ich jetzt gar nicht gesehen aber meine schwester und es ist ja auch wenn ich kriege ich hier jetzt totti also bei infos sind ja unten auch schwarz wobei totti auch da weiß man nicht dass es totti oder informisch ich denke immer das ist informisch weil oder warte wir gucken mal genau guckt da muss ich halt ganz nach unten ja außer meine schwester gekriegt dann muss ich da halt auch abdecken nicht mal dass doch das sieht ja habe ich mein altes account wieder und ich habe einfach mal gespielt gespielt was ich ich war hier das 6 da jetzt bin ich arena 5 ich habe immer nur verloren oder 2 1 ziel habe ich gewonnen die restlichen ich habe echt viel gespielt 10 spiele oder so und dann verlei ich halt bin arena 5 gut dass ich nicht arena 4 bin 4 will ich auch nie mehr sein so runter okay das ich hoffe ich gebe jetzt ein totti oder info gut info scheiß konnte nicht runter machen uh ja gut gedrückt halten umfahre leider nicht ronaldo immerhin immerhin ronaldo was was ist was ist das ach so scheiße ronaldo äh screamcard und eine liebform ja das ist ja mein geil richtig nice also rumfahren bringt ja wirklich was ich habe einfach ronaldo gekriegt wo ich rumgefahren drückkehrt rumfahren nochmals rückkehrt ja diesmal hat es nicht gebraucht oh mein gott vielleicht gibt es noch heute clash royal half game challenge ohne bei bruders oder live also online mit arena cup also online mit arena cup das ist das ist wirklich richtig schwer totti zu kriegen vielleicht kommt es auch team of the season das ist ich denke immer das ist so schwarz und halt so totti und das ist glaubt mein schlechtester pack up for ever ach du scheiße ach du scheiße das ist wie du wenn aber ein bisschen lang sein los pick dich mal 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 gemacht deswegen mal gemacht deswegen das ist auch schwer das ist auch schwer das ist auch schwer dann kriegst du auch nicht mal hier solche neue spiele weil die sind richtig die sind richtig schwer ich will auch nicht zurück setzen weil ich habe jetzt zwei torti ich will ja gerne zurücksetzen aber zwei torti hat hier ist noch ein neuer gekommen habe ich gesagt dass da nicht kommt ich meine da kommt doch aber bei gold bei gold kommt es eigentlich nie kaputt man hat gerade geschrien ich glaube der hat jetzt ich weiß gerade nicht will er hat aber jetzt auch juke ich jetzt nicht ist kein totti sonst hätte er er totti geschrien und es hat sie gar nicht ist neu bifot mit alter da ist der was toti lila als ob also ich kenne doch die lila der dinge da hat und zeigt sich unten rechts sehen hat er gekriegt und wir gehen die will ich jetzt nicht du immer ich brauchte ja ich habe die kommentare dass ihr mein bruder merkt oder nicht mit nach dem spaß aber nicht sein kanal wenn ihr ihn abonniert hat schreibt in meinen kommentaren hashtag die channel abonniert einfach mal so ja abonniert mein kanal und die andere ja 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 no way no way nein 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 nevendoski in rot im futschäppchen ja oh mein gott und ein auto watch das ist jetzt nicht so das beste pack aber die geht schon rot lagos jedoch ja wohl also der besser aber genau warum ich der neue levendoski und es gibt da noch ein paar kuppen aber die andere nicht dieses oder das andere da wo man nicht schau mal in die kommentare dass ich das immer spiel soll oder das andere auch manchmal spiel ist immer das andere auch das gerne in die kommentare kittys neu engler gott chris vorliegen aber der geht ja bin aber ja sowieso hat ja meine schwester gekriegt letzten part und zwar rest das sind doch die letzten messi auch messi auch messi auch no way nein ronaldo inform no way 95er no way man nein nein es ist nicht aber jetzt habe ich ihn habe ich vor gesagt es ist so bitte dieses fall wo ich weiß es ist was beste ach du scheiße wenn jetzt noch ein torti kommt ist das beste dort mit anzeige torti mit anzeige torti kommt torti ja ob man findet mir auch klappt noch oder habe ich den schon ich glaube ich habe habe ich schon keine ahnung krass lerne ist nie du kriegst echt selten ich auch gerade nicht gold pro sind in vor so tschäppchen hier bei cali bist du es nein ich bin der frosberg ja das sieht irgendwie voll anders aus keine ahnung grad weiß ich dich also das ist sogar das park opener ey komm jetzt es muss jetzt ein torti kommt man bitte ich freue mich schon wenn messi oder so kommt leider dass man dort nebenan nicht gibt tiago silva und co leider dass die dich gibt egal halt die klappe einfach und so weit soll ich so sagen ich weiß was man die nicht gemacht hat weil letztes jahr 2016 hat man ja echt viele gehabt zum beispiel ich finde ich eigentlich voll geil und zwar ist da ist dann jahres marcelo jago silva gab es okay gab es auch noch nicht hier echt neu also ja bitte ja soares ja nein doch nicht oder bei on to watch wenn du so ganz nach bisschen nach hinten gehst ich weiß ich habe ich gedacht das ist so ein ding die auf die jahre ist leider nicht so drück 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 jahre ist neu türkei wieder neu argentin bitte messi ja messi ich habe ich auch 88 889 backe so ronaldo ja und das war's mit dem video wenn ihr mehr sehen wollt ach du scheiße ist das für ein land nation wenn ihr mehr sehen gibt einen daumen hoch ich freue mich gerne dass ihr einen daumen hoch gebt manchmal gibt es auch einen daumen runter das ist böse macht es nicht okay ihr könnt ja wie ihr wollt ja dann gibt es andere paar kompare mit musik und wenn ihr wisst ihr wollt geht einfach daumen hoch ja und ich gebe jetzt ich öffne noch ein paar ich öffne noch fünf okay einen noseback so okay soares das ist gut okay einmal fußpack beziehungsweise c pack okay gibt es auch nicht so gut einmal normal mit daumen 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 hoch okay pro sich kann ich das und der kleine für uns letztes einfach ein penisfinger das mache ich jetzt wirklich ich bin es für ein peck ok das mache ich jetzt wirklich so jetzt aufmachen ein bronze acht ob kommt noch mal penispäck so penispäck ist wirklich unnötig weil er kommt jetzt nur pause endlich mal noch ein penispäck da war es in diesem video leider nicht mal neulich mal inform ja jeweils ein daumen hoch für dieses video und ja und haut rein wir machen den nächsten pack opener beziehungsweise mit dem anderen pack opener und haut rein und